sonnabend morgen 5 uhr 30 mit einzig gute ist musst du einen bäcker fahren da jetzt kaffee hier stapelt sich das schon alles hier stapelt sich das hier staubsauer die kommt weg so 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 Oh no Dann schicken wir das mal rein. Dann schicken wir das mal rein. So sind die ersten 20. So mein Bester. Ja, wir machen jetzt alle Becken voll und lassen ihn ein paar Mal durch. Ja. Ja, kannst du sauber drauflegen. Hier geht es nur darum, dass es hier keine Folgeverstopfung gibt auf der Strecke. Ja. 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 Bist du zufrieden? Top. Ja, dann wäre der Kollege immer noch nicht da. Ja. Okay. Dann spülen wir jetzt mal durch. Überall. Ah, jetzt läuft überall noch. Einmal wirklich 10. Ja. 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 jetzt zusammen abonniere so hier ist wasser ich halte mal die Kamera an der Tür ich weiß nicht ob man es hört so die Dame die mir helfen will hat aber Schlüssel die nicht passen jetzt haben wir die Feuerwehr informiert fließt die Kellertür und ich hoffe dass wir da unten abdrehen können ich weiß nicht wo das Wasser herkommt ja mal gucken Feuerwehr ist auf dem Weg da kommen sie ich bin gar nicht gespannt Morgen dann werde ich mal einen Kaffee trinken scheint ja ein bisschen zu dauern bis sie die Tür auf haben jetzt 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 Rundel An die Klinke? Ja! Pass auf, Türs auf! Okay, aber nicht so gut! Das ist mein Ding, glaube ich! Das sind ja geile Dürer. Echt? Wenn der Schloss für 5.000 Euro dann nur deine Schütze weggetragen hat. So, alles, 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 alles! Komm mal auf der Klinke, also hier, wenn ich hier brauche. Was kommt für den Schlauch? Scheiße! Das ist schon nachdem. Ne? Nein! Warte mal, warte mal rein! Ah ja! Gehst du fach? Ja! Gut, äh, machen wir, macht die Geld mit. Jawohl! Die können nicht abdrehen. Das ist nicht wahr. Warum kann man die nicht abdrehen? Geht wohl nicht? Nee! Ob die in Klang gehen, da haben wir. Also da ist der Strang, ne? Ja! Also da wird er sein. Wir brauchen noch mal einen Hauchhahn. Was haben wir denn? Die Stoffkacke? Wir brauchen einen Hauchhahn. Kommt nur die Benzin aus der, also nur die Ecke aus der Wand, ohne das Zahnhandel. Okay, dann habe ich was gelaufen. Ja, hier in der Bunde können wir nochmal gucken. Hier! Oh, nee, ne? Ist fest? Ja. Geht doch! Ja, wir sind ja! Ja, wir sind ja! Ja, ja! Na du, das hier! Geht nicht! Nein! Das war noch kein Gehtnick, waren nur zeitlich. Alles gut, alles gut! Ja! Auf jeden Fall ist noch mal ein Teufel. Ah, schön. Wird ja mal Zeit. So, ab und zu mal neu machen. Die Tür. Nee, die Renzile. Gangbar machen. Ja, danke. Sollen wir im Keller noch mal gucken, wie die unten ausschaut? Hier ist eine Wassereinspeisung für die Armatur. Ja. Das ist abgebrochen. Aha. Ja. Kommt mal vor. Okay, aber ich sage, es ist erst mal erledigt. Ja, guck mal, Hilo. Verteilung ist noch mal gelassen, weil sonst bist du. Ja. Die Fußmügel. Oh, schön. Puh. Oh, nee, ey. Das dauert ja ewig. Oh. 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 Jetzt kommt sie. So, noch ein bisschen ausspülen hier. Schöner Wochenende. Was hat der Kollege gemacht? Der Kollege hat jetzt eine Kappe aufgemacht. Das heißt, wir haben jetzt wieder Wasser. Da nicht. Damit ist die Sache für ihn erledigt. Nicht zu blöd, dass die hier rausgefallen sind. Oh ja. 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 Ja.